Der Preisalarm des Tages. Und der ist jetzt im Preisalarm zu einem Preis, der noch nie da gewesen ist und so schnell auch nicht wiederkommen wird. Der kostet normalerweise 149,99 Euro und heute sparen Sie glatte 30 Euro, wenn Sie diesen Zyklon-Staubsauger haben wollen. Und das ist unser Bestseller. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight bei uns. Und normalerweise, wenn ich staubsaugen möchte, muss ich aus dem nächsten Raum gehen, dann muss ich den Staubsauger zusammenstecken, rausholen. Und Sie kennen das Problem, dann irgendwo eine Steckdose suchen und ich mache das ganz, ganz einfach. Wenn ich jetzt gekrümelt habe, stehe ich einfach nur auf und gehe zu meiner Wandhalterung. Denn im Lieferumfang ist diese praktische Wandhalterung enthalten. Und das ist das Tolle. Das heißt, wenn Sie gerade in der Küche sind, Sie haben gerade gekrümelt, weil Sie gerade gefrühstückt haben, die Krümelchen liegen alle noch am Fußboden. Dann gehen Sie einfach in Zukunft zu Ihrem Akku zu Klonstaubsauger und der ist immer griffbereit. Schauen Sie mal, der hängt hier an der Wandhalterung. Die liefern wir Ihnen gratis mit dazu. Die wird einfach nur angebohrt. Und jetzt sehen Sie, hier wird auch gleichzeitig der Staubsauger immer geladen. Das heißt, immer wenn Sie ihn brauchen, ist er nicht nur griffbereit, sondern er wird auch geladen. Aber was ist das Besondere an der Akku-Zyklun-Technologie? Das haben Sie bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, in der Werbung. Da wird ja ständig damit geworben, wie leistungsstark die vor allen Dingen sind. Aber dann sieht man den Preis und denkt sich so, gut, dann begnüge ich mich doch noch mit meinem alten Staubsauger. Aber das müssen Sie gar nicht. Der Preis heute ist phänomenal. Der Vorteil an unserem Staubsauger ist die Leistung. Und die Leistung wird Sie umhauen. Ich haue Ihnen mal eine Zahl raus. 20 Kilopascal. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Das ist überdurchschnittlich viel für den Preis. Denn normale Staubsauger, die Kabel gebunden haben, so zwischen 10 bis 15 Kilopascal, der hat 20 Kilopascal. Das ist die Saugkraft, ne? Das ist die Saugkraft. Das heißt, der zieht den Schmutz aus allen Teppichböden, aus allen Arten, ob es hochfluriger Teppich ist, kurzfluriger Teppich, Parkett, Laminat, Fliesen, Steinboden, es spielt keine Rolle. Und das natürlich im Zusammenspiel mit dieser motorbetriebenen Bürste, die Sie hier sehen. Ich zeige Ihnen die mal, wenn man den hier nochmal von unten sich anschaut. Diese Bürste, die rotiert. Das kann man sich vorstellen wie so eine Waschanlage fürs Auto. Die hat hier diese ganz weichen Bürsten. Das heißt, auch wenn Sie Echtholzboden haben, wird das hier nicht zerkratzt. Und das Zusammenspiel aus Leistung und dann diese rotierende Bürste, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und wir empfehlen immer, greifen Sie zu einem Zyklonstaubsauger. Aber man hat nicht nur eine enorme Leistung durch diese Zyklontechnologie. Das ist wie so ein kleiner Wirbelsturm. Das heißt, er zieht auch den umliegenden Schmutz einfach auf. Und das ist natürlich auch besonders schön, gerade für Allergiker. Weil du kommst mit dem Staub gar nicht mehr so in Berührung. Und auch im Nachhinein, wenn ich jetzt fertig bin und irgendwann früher bei meinem Staubsauger war der Staubsaugerbeutel voll. Dann habe ich den rausgenommen, habe ihn weggeworfen und musste einen neuen kaufen. Schauen Sie mal, hier haben Sie einen Permanentbehälter. Das heißt, hier wird der Staub gefangen. Sie sehen, auch wenn der Beutel voll ist, dann kann ich ihn einfach mit einem Knopfdruck herausnehmen, diesen Behälter. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Das heißt, du hast dann auch keine Folgekost mehr, weil du musst keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Ja, vor allem ist ja auch immer eine Friemelei, diese Staubsaugerbeutel wieder reinzutun. Hier wird das wie ein Wirbelsturm, wie ein Zyklon hochgesaugt durch diese Staubsauger hier. Ich finde das ganz fantastisch. Was mich begeistert, ist die Saugkraft und dass du kein Kabel, keinen Schlauch hast. Wir kennen das alle. Wir saugen irgendwo Staub, dann ist das Kabel zu Ende. Und dann muss man sich eine neue Steckdose suchen, eventuell noch Vasen wegräumen, dass man die nicht umkippt. Treppen sowieso. Also ich kenne mich, wir wohnen, du weißt es ja, wir wohnen in so einem dreistöckigen Reihenhaus in Bremen. Und wenn man die Treppen da macht, dann hat man den Schlauch hier über der Schulter, den Staubsauger da und den richtigen Saugbeutel, den Sauger dann eben in der anderen Hand. Ganz zu schweigen, dass man immer von einem Stock bei den nächsten mit der Steckdose laufen muss. Da ist das natürlich eine super, super Ersparnis und das eben mit der Leistung eines hochwertigen Bodenstaubsaugers. Und mit der Bürste kriegst du dann eben auch noch tatsächlich Krümel aus Fasern raus, hier Tierhaare und so weiter. Ich finde das total klasse. Das stimmt. Ich habe den jetzt mal auseinander gesteckt und habe jetzt hier meinen 2-in-1-Aufsatz aufgesteckt. Der ist für Sie mit im Lieferumfang enthalten. Das ist so eine 2-in-1-Bürste. Da hat man einmal so eine Fugenbürste, zum Beispiel wenn man seinen Autositz mal reinigen möchte oder zum Beispiel auch Sofamöbel. Und ich kann das auch hochschieben und habe jetzt hier die Bürste für zum Beispiel die Möbel. Also wenn ich zum Beispiel Haare auf dem Sofa habe vom Tier oder von der Ehefrau, das stecke ich hier einfach nur drauf. Und jetzt kann ich hier ganz bequem, hier seht ihr mal, was alles mitgeliefert wurde. Jetzt kann ich hier ganz bequem meine Möbelstücke absaugen und das immer hier wirklich aber in der gleichen Leistung. Das möchte ich dazu nochmal erwähnen, weil früher war das ja so, die Handstaubsauger hatten nicht die gleiche Leistung wie ein Bodenstaubsauger. Das war immer so, die hatten viel, viel weniger Leistung. Und dieser Handstaubsauger, der hat immer noch eine Leistung von 20 Kilopascal. Das heißt, du hast hier keinen Saugkraftverlust und das ist wirklich eine enorme Qualität. Also er liegt auch super in der Hand. Das möchte ich Ihnen auch nochmal sagen, weil früher die Staubsauger, die waren ja auch sehr, sehr schwer. Die haben Sie vielleicht sogar noch zu Hause und da dann wirklich mal über mehrere Etagen zu saugen, das ist immer das Problem. Und schauen Sie mal, der ist überhaupt nicht schwer, den kriege ich sogar mit einer Hand gehoben, wenn ich zum Beispiel auch mal eine Treppe absaugen möchte. Schauen Sie mal, oder irgendwo über mir vielleicht. Über mir, da ist ja gar nicht dran zu denken mit einem normalen Staubsauger. Und schau mal, das ist so leicht auch umgesteckt. Der ist super leicht in der Handhabung. Also ich kann den hier wirklich mit zwei Fingern heben. Das ist gar kein Problem. Ja, da sehen Sie es nochmal, wie leicht der ist. Und das ist eben auch der große Vorteil. Also ich habe ja auch einen Zyklon-Staubsauger zu Hause, einen Akku betriebenen. Am Anfang dachte ich immer, ach, da muss ich ja mal dran denken, den zu laden. Aber nein, das müssen Sie ja nicht, weil sobald Sie fertig sind mit Saugen, nehmen Sie den ja und setzen den wieder an die Wandhalterung zurück. Das heißt, dann wird der ja wieder geladen. Das heißt, immer wenn Sie ihn dann wieder brauchen, nehmen Sie ihn herunter und können dann wieder den Staubsauger benutzen. Das heißt, man vergisst den auch nicht zu laden. Das habe ich jetzt natürlich auch so nach und nach erst mal lernen müssen. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Der Akku hält super lange. Also der hält sogar, im Internet steht, eine halbe Stunde. Ja, aber eigentlich hält er viel, viel länger, denn ich habe hier zwei Modi. Der erste Modus, wenn ich ihn einschalte, ist der sparsame Economy-Modus. Und dann, wenn ich hier auf das zweite Knöpfchen drücke, da hören Sie es. Ich mache nochmal den Unterschied. Ich mache nochmal aus. Da hat man einen ganz leistungsstarken Kraftmodus. Das heißt, wenn Sie immer im starken Kraftmodus putzen, im Power-Modus, dann eine halbe Stunde. Aber ich putze nie länger als eine halbe Stunde. Wenn Sie aber den Economy-Modus nutzen, das ist der hier, dann sogar fast das Doppelte. Also die Akkulaufzeit, die ist enorm. Und man sieht das ja auch immer an den Ladebalken. Ich kann Ihnen nur sagen, bei dem Preis greifen Sie jetzt zu. Wir schauen mal auf pföll.de, was er normalerweise kostet. Ich hatte es im Intro gesagt. Da sehen Sie, er kostet 150 Euro. Das ist schon sehr günstig. Die UVP liegt bei 349 Euro hier sogar. Und heute zum TV-Sonderpreis in unserem Preisalarm für 119,99 Euro. Sie sparen 30 Euro. 30 Euro hier, wenn Sie ihn jetzt im Preisalarm holen. Sie holen und glauben Sie mir, Sie werden denken vielleicht so als erstes, naja, den nehme ich vielleicht als Zweitstaubsauger. Den anderen Staubsauger werden Sie nicht mehr aus dem Schrank holen, wenn Sie erstmal hiermit angefangen haben. Weil das ist ja komplette Leistung. Den kannst du mobil überall hinnehmen. Den kannst du auch mal dein Auto sauber machen. Genau. Kellerräume, Garage, egal wo. Und du kommst überall drunter. Camper kannst du auch sauber machen damit. Genau, den Camper, alles. Und du musst nicht an die Tankstelle fahren. So einen riesen Staubsauger, den nimmst du nicht mit überall hin. Und vor allen Dingen kommst du da auch nur ganz schwer unter Betten, unter Sofa. Schauen Sie mal, der ist so flach. Der hat dieses praktische Knickgelenk. Und den liefst halt auch noch. Schauen Sie mal, der ist auch super gelenkig. Also das heißt, ich komme auch in jede Ecke und in jede Ritze. Also da muss ich jetzt nicht das Sofa jedes Mal vorschieben oder mein Bett, sondern ich komme wirklich überall spielend einfach hin, ohne mich schmutzig zu machen, ohne irgendwie was wegzuschieben, ohne irgendwie großartig vorher was machen zu müssen. Das ist wirklich ganz, ganz toll für den Preis. Also ich kann Ihnen nur sagen, greifen Sie jetzt zu. Kannst du mir den auch mal geben? Ich will das auch mal probieren. Gerne. Ist auch ganz leicht. Ich habe den noch nicht vorgestellt bis jetzt. Der ist wirklich kinderleicht. Schauen Sie mal, mit einem Finger kann man den heben. Und dann bewegt er sich. Das ist überhaupt kein Vergleich hier zum normalen Staubsauger. Weil man halt komplett um... Ich gucke, drehe mich hier mal um. Wo ist das Kabel? Wo ist das Kabel? Da habe ich irgendwo hängen. Dass man da nicht irgendwie guckt, dass die Steckdose vorbei ist. Aber nee, braucht man hier nicht. Also ein komplett mobiler, toller Staubsauger, der eben Ihnen die Flexibilität gibt. Sie brauchen nicht mehr an die Tankstelle, sondern einen Euro in diese albernen Staubsauger reinzustecken. Sie können den hier selber sich zu Hause hinstellen. Er ist immer geladen, immer griffbereit. Sie brauchen ihn nirgends vorzuholen. Unser 2-in-1-Akku zu Klon Hand- und Bodenstaubsauger hat die Bestellnummer NX 70 82 569. Ich sage es nochmal. NX 70 82 569. Sie sparen 30 Euro heute im Preisalarm des Tages. Aber Sie müssen schnell sein. Der Preis gilt nur heute. Viel Spaß. Ka sacar 3 05 other peoples. Bis froh. Scheiße. Wir hören uns doch 15� Honestly! Audience forceEND Räufig. Wir freuen uns doch KLAYobedient account! Wir sehen uns doch als R Queen.